Hey, Fremder, ich habe einen Quest für dich. Bring Obama bitte dieses Anime-Kissen. Ah, oh nein, ein riesiges 200.000 Tonnen Schiff versperrt die Durchfahrt. Du musst leider außen rumfahren, wo ganz viele Monster im Wasser sind. Oh nein. Am 23. März 2021 um exakt 7.40 Uhr strandete eines der größten Containerschiffe der Welt, die Ever Given, im Suezkanal. Und das komplett quer, sodass kein Schiff mehr vorbeifahren konnte. Und das in der wichtigsten Handelsroute der Welt, mitten in der ägyptischen Wüste. Und bis heute gibt es keinen klaren Konsens darüber, was wirklich passiert ist. Doch erstmal hier ein kleiner Faktencheck. Der Kapitän hat, bevor er in den Suezkanal gefahren ist, aus unerklärlichen Gründen eine Route in Form eines riesigen Penises ins Meer gemalt. Fragwürdigen Penis-Manöver. Andere Schiffe konnten außerdem nicht vorbei und es entstand ein riesiger Schiffsstau vor dem Suezkanal. Inklusive ein Schiff mit 120.000 Schafen an Bord. Und somit konnte 12% des Welthandels nicht stattfinden. Die Alternative war einmal, um Afrika herumzufahren. Doch das dauerte zu lange und außerdem gab es dort eine Menge Piraten. Ahoi de Landratte, gib uns deine Schafe. Also moderne Piraten. Das Schiff musste also weg. Und jede einzelne Minute, die das Schiff dort festlag, kostete es dem Welthandel ungefähr 6 Millionen Dollar. Jede Minute. An Bord des Containerschiffs waren Möbel, Plastikartikel, eine Menge verrücktes Zeug aus China und eine große Ladung Spielkonsolen für westliche Länder. 2019 hat übrigens das gleiche Schiff mit dem gleichen Kapitän bereits eine Fähre in Hamburg gerammt. Merkt euch das für später. Doch wie befreit man ein wahrscheinlich defektes 220.000 Tonnen Containerschiff mitten in der ägyptischen Wüste? Im Nachhinein wurden ein paar offizielle Ideen veröffentlicht, die die Ägypter hatten, um das Schiff zu befreien. Möglichkeit 1. Die Fracht entfernen und neben dem Kanal stapeln. Das Boot wird somit leichter und man kann es vom Sand wegziehen. Dauert aber zu lange und es waren nicht genug Kubschrauber verfügbar. Jede Minute 6 Millionen Dollar. Möglichkeit 2. Direkt das ganze Schiff mit Helikoptern hochheben und wegtragen lassen. Da hinten fliegt ein riesiges Schiff, guck mal. Ja, ja, witzig. Ich wiederhole. 220.000 Tonnen. Möglichkeit 3. Auf beiden Seiten Bomben detonieren lassen und den Aufschwung der Wellen mit Ziehen an beiden Seiten kombinieren. Die Fracht würde eventuell zerstört werden oder das Schiff würde umkippen. Währenddessen erreichte die Nachricht vom feststeckenden Schiff auch das Internet. Und neben ziemlich vielen Parodien vom eigentlichen Schiff, also wirklich sehr, sehr vielen, kam das Internet auch auf einige glorreiche Ideen, wie man das Schiff dann befragen könnte. Wir nehmen einfach das Schiff und schieben es vor Anlass hin. Einfach einen neuen Kanal errichten. Zwei neue Kanäle errichten. Nein, wir bauen einfach eine Rampe für die anderen Schiffe. Ganz viele Hunde, die den Sand in Lichtgeschwindigkeit wegbuddeln. Die neue Evergreen Brücke. Wir nehmen einfach Ballons. Guck mal dahin. Ja, ja, lass. Einfach ein neues Schiff hinzufügen. Petition. Raketen, die das Schiff wegfliegen lassen. Einfach mit einem anderen Boot ran. Cola und Mentos unter dem Schiff platzieren. Freakle. Kaboom. Alien Technologie aus Area 51. Man entschied sich für einen Bagger. Also wirklich nur ein Bagger. Und als die ersten alten Leute diese Ideen sahen, konnten sie kaum damit abwarten, ihre Witze dazu beizutragen. Bruder, was zum Fick. Das Boot hat Corona. Und so arbeitete man die nächsten Tage daran, das Schiff zuziehen. Während man es Stück für Stück freischaufelte und in jeder Minute weitere Millionen Euro an Geldern draufging. Währenddessen ging die Geschichte überall in den Medien rum. Und diese waren sich selber nicht ganz einig, was denn der eigentliche Grund für den Crash war. Die Version von Evergreen selber. Der Wind war an dem Tag sehr stark und hat das 220.000 Tonnen Schiff zur Seite gelenkt. Der Kapitän hatte durch den starken Wind keine Kontrolle mehr und ist an die Seite gekracht. Eine andere Version war, dass Sandstürme die Sicht versperrt haben und der Kapitän nichts mehr gesehen hat. Naja, Schiffe fahren auch bei Nebel, dafür ist immerhin ein Radar an Bord. Andere behaupten, das Schiff habe zufällig den Strom verloren und somit hatte auch das Steuer versackt. Reddit hatte währenddessen einen ganz anderen Ansatz. Und Leute auf 4chan behaupteten, dass dort offensichtlich Kinder in gewissen Menschenhandelcontainern transportiert werden, weil das Kennzeichen vom Schiff das gleiche ist, wie die Initialien von Hillary Clinton. Andere Story. Fünf Tage später und das Schiff steckte immer noch fest. Der einzelne Gigachet und Bagger, der im Durchschnitt drei Stunden pro Nacht schlief, bekam ein bisschen Hilfe, auch wenn er laut eigener Aussage große Angst hatte, dass das Schiff jeden Moment auf ihn fallen könnte. Währenddessen konnte man im Wiel keine Schienenudel mehr kaufen, der Aktien-Subreddit fällt dann Strategie, um irgendwie von dem Boot zu profitieren und das Meme wurde weiterhin komplett ausgeschlachtet. Am 29. März stehen Mond, Erde und Sonne in einer Linie. Vollmond herrscht. Das Wasser steigt an und somit entsteht auch eine besonders hohe Flut. Im selben Moment ziehen mutige Ägypter mit Hilfe von Booten an beiden Seiten des Schiffes und bringen es somit nach einer Woche Tortur auf eine Seite des Kanals. Und die Handelsroute war wieder frei. Das wurde daraufhin natürlich nicht wenig gefeiert und das Schiff wurde mit einem riesigen Walk of Shame am gleichen Tag noch in den nächstliegenden See gezogen, wo sich große Unternehmen dann Monate darum streiten sollten, wer wen verklagen darf. Die Ever Given wurde daraufhin eine Touristenattraktion. Leute bekamen super Ideen für das nächste Halloween-Kostüm, genauso wie für super lustige April-Scherze. Fun Fact, vor einem Monat ist noch ein Schiff an so gut wie der gleichen Stelle hängen geblieben. Es war nach fünf Stunden wieder frei. Doch was genau ist jetzt eigentlich am 23. März wirklich passiert? Das Wetter an diesem Morgen war ziemlich schlecht. Der Wind war tatsächlich sehr stark und es war nicht ganz klar, ob der Stift wirklich in den Suezkanal fahren sollte. Die Kanalbehörde hätte zu diesem Zeitpunkt eingreifen sollen, war aber wohl anderweitig beschäftigt. Und eine Sache müsst ihr wissen, so eine Fahrt macht schon mal einen Milliardenwert an Umsatz. Für den indischen Kapitän aus eher ärmeren Verhältnissen ist solch eine Fahrt also ein ziemlich großes Geschäft. Und so entschied er sich, trotz Wind mit wichtig, dreifacher Geschwindigkeit als eigentlich vorgegeben, dem Wind entgegenzusteuern und in den Kanal zu fahren. Als sie merkten, dass sie schwanken, flogen arabische Beleidigungen hin und her und der Co-Kapitän drohte damit, dass wenn man das Schiff jetzt nicht sofort zum Bremsen bringen würde, er einfach von Bord springte. Doch da war es schon zu spät und das Schiff traf das Land. Doch die Geschichte geht noch ein bisschen weiter. Denn in diesem Jahr ist der gleiche Kapitän von der befahrbaren Zone abgekommen, auf Land gestoßen und stecken geblieben. Mit einem weiteren Schaden in Millionenhöhe. Erst nach einem Monat wurde es wieder befreit und der Kapitän segelte weiter umher. Und keiner weiß, was der nächste Schritt sein könnte vom mysteriösen Kamikaze-Kapitän.